Ah, das ist Wetter. Sinan, mach die Tür auf, es ist kalt. Du bist halt so gay. Komm rein. Machen wir das. Was ist da? Sinan, du kannst mir Sushi bestellen. Was willst du? Ja, Sinan, die größte Platte natürlich. Boah, ich sehe heute wieder so gut aus. Oder, Gülle? Oder? Wie ist die Jacke? Das Sinan, ich weiß nicht, die Jacke so. Du bist halt gay. Jule, Bart abrasieren oder dran lassen? Was? Abrasieren oder dran lassen, Jule. Ich muss meinen Beißauber machen. Pst. Ich bin so traurig. Niemand liebt mich. Ich bin so einig. Sinan, du wirst jetzt ein Glaube kriegen. Und da war ich hier, Was ist mir Prevens. Vielen Dank.